Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Warum бы и нет? Zahir, пользуйтесь. А если вы в первый раз в Австрии хотите попробовать что-нибудь типичное, типичное для Австрии, то обязательно попробуйте Zahir Toto. Это может быть одно из самых вкусных изобретений, которое когда-либо было придумано кулинарами, по крайней мере, по моему мнению. Так что оцените и пишите в комментариях, пробовали вы или нет. Хотите попробовать? Если да, то обязательно здесь. Думаю, одна из ошибок, которую делают туристы, это мельком пробежаться по главной улице от Хауплаза и Акоминиплац и толком не насладившись историей и культурой Австрии. Конечно, там тоже есть, там тоже представлены интересные здания архитектуры, но мой вам настоятельный совет это обязательно зайти в дворик. Как, например, один из таких, это дворик Лагхауза. Находится он буквально через несколько магазинчиков от Ратуши, которую мы с вами посмотрели минуткой раньше. И только посмотрите на вот этот шедевр Ревенессанса. Что самое интересное, вот в этой красоте заседает Штирийское земледельное правительство. И здесь принимаются непосредственно федеральные законы. И если вы еще не знаете, теперь точно узнаете. В Австрии 9 федеральных областей и наша область Штирий командует вот такая красота. В Австрии. 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 Несмотря на ожиглённую улицу, которая находится вокруг нас всегда можно найти тихое, укромное, спокойное место. und, wie heißt es, einfach nur die Tischin und die Natur und die Natur, wie zum Beispiel der Antalische. Aber das ist, was es ist, dass wir in 3-4 Meter, wir gehen jetzt auf die Straße, in 3-4 Meter, wir gehen jetzt auf die Straße, oder eben auf die Straße, das heißt der Vermouth-Kreuk. Es heißt es so, weil es so groß wie viele Cafes, Restaurants, Bars und so weiter hier kann man ganz gut verlieren. Ich denke, Sie verstehen jetzt, warum Grazia ist ein Studenter Stadt. Es ist auch sehr wichtig, dass es Mellplatz 1, die in dieser Ort, in dieser Ort, hat seinen sehr viele Jahre alt und der Kompositor Robert Storlitz, und deshalb ist es auch ein sehr großer Museum, den man auch besitzt. Wenn unsere Zuschauer sind, die Kompositor, die Musiker haben, oder die wollen, die zu kommen, um sie zu lernen, dann wird es unbedingt besitzt. Es ist interessant, dass es nicht so eine Alp-Altische Land gibt, wie Austria. Das ist ein Südmarskischer Grimmat. Wir haben auch eine Palme, mit der anderen... Lämmen, Aleanderen. Wir müssen auf den Sonnen in April und gehen in den Fútbolten. Und auf den nächsten Tag wird der Dämpfer. Das ist unbedingt. Wir sind hier in der Herr von Rundstube, in der Herrngasse, in der Prokoppiegasse, am Milbratz. Wir haben eine große Küche, die wir für unsere Backhändel haben jeden Tag das Menü von Montag bis Freitag mit Suppe und Salat um 8.90 Uhr. Vielen Dank! Danke schön! Ich glaube, das ist das Ziel, dass es in diesem Video ein Lieblingshof ist. Abonnieren Sie in den kleinen Dornen Grazze. Weil, in einem solchen Dornen wir noch haben, ein Green House oder ein Regitarianes Café. Wenn man vegan oder ein Regitarianes ist, dann können Sie hier ein bisschen essen oder ein bisschen essen. Es ist nicht möglich, sondern es verändert sich den Prinzip. Wir fortsetzen unsere Verwaltung. Ich hoffe, dass viele Touristen das Messe durchgeführt haben, aber nur eine Minute oder eine Minute, um zu sehen, um das Haus zu sehen. Aber mein persönliches Tipp ist, dass es 5-6 Minuten, um zu sehen, um diese Füße zu sehen. Wenn ihr seht внимательно, in der Zwischenzeit zwischen sich zwei Augen ist, sind zwei Augen, und in der Zwischenzeit, Der erste Kampfer ist eine große Leipte, das ist ein Kampfer. Und schon in einem anderen Kampfer ist eine andere Leipte. Hier liegt eine Kampferung mit einer der lustigen, der in einem sehr sehr gängigen, sehr gängigen und sehr künstlichen Kampfer. Einbeizung der Kampfer. Ihr wisst, was der Fall? Der dummültige Trevail ist natürlich nicht mehr Probleme. Probegeht, wir разрешieren. Ihr wisst, dass es eine besondere Atmosphäre gibt, dass sie unter dem Klon. Es ist, dass man ein bisschen прогrierts und machen kardio-Trenierung, um aufzunehmen. Aber es ist wichtig. Weil, erstens noch ein paar Städte von Barokkho und Rennessanz ist sehr schön und interessant. Es ist besonders für die Zentren. Und da lacht der Mond Vor mir liegt es zu, für das der längste Weg sie lohnt Und dann wird's still und wenig ist ganz viel Ein Augenblick lang schweigen, daheim sei in dem Gefühl Wenn ihr die Kanal sehten, liebevolles und lustige Pekarne Dann muss man die Pekarne besitzen, um die Pekarne zu arbeiten Und wenn ihr die Pekarne besitzen könnt, dann muss man die Pekarne besitzen, um die Pekarne zu arbeiten Wie kann man sich das vorstellen? Es ist die Mitte der 16-jährigen, also die Mitte der 16-jährigen, und in diesem Tag sie steht und erfreut sich mit einem schönen Aromaten. Wir sind erst auf die Straße, und der Sprache, ich weiß nicht, wie ich es sagen kann, nur noch etwas vorbereitet, mit einem Oreren, mit einem Schokoladen, vielleicht mit einem Schokoladen, aber es schmeckt vollständig. Vollständig. Unter mir die Lichter von der Stadt, und da geht die Sonne. So, Freunde, wir konnten Ihnen nicht zeigen, dass der Hauptstadt, der Gratzer-Dom ist. In der gesamte Geschichte, Gratzer-Dom ist eine große Geschichte. Der Gratzer-Dom ist eine große Geschichte für viele Länder. Und das ist, dass der Gratzer-Dom direkt an der Gratzer-Dom befindet, wo Ferdinand II befindet. Der Gratzer-Dom biedt sich in der Gratzer-Dom ist eine Geschichte. Die erste, die wir in der Gratzer-Dom ist. Die erste, wie Sie wissen, ist, dass der Gratzer-Dom ist. Und die Saranji sehr starken sind. Die Saranji-Dom ist eine große Geschichte. und die Pandemie von Chubut, die sehr viel Leben hat nicht nur in Australien, sondern auch in Europa. Ihr wisst, Freunde, was ich sehr liebe Graz? Das ist vielleicht für eine solche Romantische kompaktigkeit. Das ist der Sobort, den Sie jetzt sehen, und den wir mit Ihnen sehen, ein bisschen früher. Hier ist der Tram Theater und der Gretz Gretz, der jetzt im Kabinett Minister Fashtiri. Es ist interessant, dass nichts noch nicht verändert hat, wenn hier die deutsche Korole gesiedelt sind. Und dass es nicht polizist oder auch noch keine Ahrensäge, die Menschen in der Masse schwarzen, und jeder tourist oder gesegnante Gratso kann sich in die Regisse schauen, wo sie sich in der Regisse betrachtet. Aber die interessante interessante ist, die es im Moment ist, die wir unbedingt zeigen. Das ist die zwei-hörige Wiener-Lessens. Es ist interessant, dass in Europa es nur ein paar Minuten ist, und deshalb historikern und künstlerischen Kunst und früherer Architektur müssen wir in Graz gehen und schauen auf diese Wettbewerb-Lessenz. Also, wir zeigen uns nur auf die Kamera. Und dann wird's stühl und wenig ist ganz fühl Einen Augenblick lang schweigen, dahin sein dem Gefühl Und mir wird klar, egal noch wird Also, jetzt ist es ein Lieblings-Gradt-Gradt Und das ist die Kulakon-Gradt-Gradt Und das ist die Kulakon-Gradt-Gradt Warum sie so sind, jetzt erzähle ich Ihnen. Hier, nach meiner Seite, Sie sehen, eine alte Pivovarren Sie nennt sie Glöck-Gradt-Gradt Hier beim Drei раза in der Stunde Dreiige Drei 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 in Grazia. Aber es war so, weil dann TV, Computer, Planschetten und so weiter nicht mehr. Die Leute begannen sich auf die Wand und schauen auf die Fische-Füße in den Künstlerischen Kostümen und sie können sich das in ein Unternehmen, das in die Hand des Kaffee Es ist so wichtig, nicht nur für отдыхen und für kulturelle Obstattung, sondern auch für die Karte. Ja, wer nicht möglich ist, jetzt machen Sie das mit uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 von Komisogen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da lacht der Mond